Katan Böller Böller D und Super Böller 2 die hatte ich letztes Jahr bekommen sind also nicht die aktuelle Charge aber auch sehr sehr heftige Böller werdet ihr gleich sehen Anfang tun wir jetzt mit den Katan D Böller die waren schon recht gut weiter geht es mit den Super Böller 2 von Katan 1 2 3 4 4 5 2 sind noch liegen geblieben die werden jetzt noch nachgezündet 3 4 5 5 5 6 9 10 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15